Willkommen zur neuen Fußball-Challenge, Freunde. Wir fackeln gar nicht lang rum, heute gibt es die Dybala-Challenge, Freunde. Wir haben uns ein paar Tore vom Dybala rausgesucht und hier geht es heute darum, die bestmögliche nachzustellen. Ihr könnt entscheiden, wer heute die Tore am besten nachgestellt hat, wer der echte Dybala hier auf dem Platz ist. Wie du eigentlich noch immer. Hat auch ein bisschen Wasser Kopf, ja? Ihr könnt in die Kommentare schreiben, wer ist der echte Paulo Dybala. Die Hashtags sind nochmal eingeblendet und wir fangen direkt an, zwei Tore. Schauen wir uns das erste an, oder? Würdest du ein Like da lassen jetzt für das Video? Direkt ein Like da lassen, ja. Und auch die Glocke gläuten lassen, oder? Und Glocke auch, ja. Locke, Locke, Locke. Locke, Locke. Locke, Locke. Machst du Locke und dann Glocke, dann müsstest du Ehren machen. Leute, schauen wir uns jetzt mal das erste Tor gemeinsam an. Vom lieben Paulo. Schau doch. Ich kenne es! Er kriegt den Ball da am 16er und zirke den Unge, was ne Schuss in den Secheln, Digga. Alter. Das ist sexy, das ist echt sexy. Aber es sollte gehen. Ich bin der Erste der schießen darf, direkt mal ein schönes Tor, geschmeidig wie der Paulo. Richtig schön in die lange Ecke, aber es sollte gehen. Ihr habt das ganze Tor gerade schon gespiegelt gesehen, er schießt eigentlich mit links, wir machen natürlich das ganze mit rechts, weil keiner von uns besitzt irgendwie einen linken Fuß. Wir können gerade drauf stehen, deswegen mit rechts. Aber es sollte gehen. Ah! Ah! Aber es sollte gehen. Ah! Hat schon mal wieder eine gute Pin... ...gefehlt. Ich zeig dir jetzt, wie geht Lars. Bruh! Ich zeig dir jetzt, wie geht Lars. Oh! Wo geht's? Wo geht's? Geht schon wieder gut los, Freunde. Es gibt nicht ein, zwei oder drei Punkte. Ihr könnt alles entscheiden. Deswegen muss man es so Dybala-like machen, wie es nur geht. Wer Ehrenmann ist, ist einfach für Holz die Wurken. Nö. Man kennt ihn. Bruder, ja, ich hab Rückenschmerzen, ja. Ich versuch trotzdem ein Tor wie Dybala zu machen, ja. Ich muss aber danach wieder in den Knast, ja. Deswegen sieht man mich nicht mehr, ja. Ah! Ah, mein Rücken. Ah, ja. Oh mein Gott, echt? Dybala wird jetzt reingeballert. Der Bra ist Komiker, nicht mehr Löwe. Was sag mal dazu? Kopf ab! Der erste Durchgang war schon wieder mal nix. Ja, der Dybala ist natürlich auch ein guter Fußballer. Für den erstmal direkt ein Like da lassen. Und auch für uns. Aber ich mach das Ding jetzt auch. Habe ich so lange vor dem Schuss gewartet, dachte, ich kann ihn ein bisschen ausgucken. Aber Lukas ist zu Luch, Alter. Gerade war ja so Eckfahrend Zielschießen. Mal gucken, was jetzt passiert. Ah, ja! Lukas ist zu Luch, Alter. Ja, war kein Dybala. War mehr so ein Ginter, aber Tor ist Tor. Nicht schlecht vom tschechischen Dybala. Dann hat er mich wieder ausgetrickst. Pass von Cristiano. Na, Bruder, willst du das haben? Auf seinen Nacken. Nope. Ich hab mit dem Schuss schon abgeschlossen, Digga. Ich dachte, wie schlecht kann man schießen? Egal, Junge. Das war Ronaldo Dybala. Mit Schulter, Bruder. Ich wäre jetzt mit Schulter reingeschwungen. Ah! Ah, Bruder! Und Rücken! Mach jetzt teuer. Aber vorher kriegst du Lars Diesel gegen den Kopf, ja? Das ist so schlecht. So schlecht. Was sagst du dazu? Was soll das, ja? Musst reingehen, ja? Ach schon, ja? Zeig dir jetzt mal, wie der reingeht Bruder, Alter. Du bist doch der Bruder. Ja, ja, ja. Alle anderen sind auch Bras für mich. Paolo Braballa! Das ist jetzt schon hier der letzte Durchgang. Wir haben ein paar Tore, aber die waren alle nicht gut. Deswegen, ich mach das jetzt. Dann könnt ihr direkt für mich die Boten freuen. Aber es sollte gehen. Baikon reingeflascht! Baikon! Oh mein Gott! Dybala! 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 Nope! Man! Vielleicht bin ich nicht der Paolo. Ich bin eher so Christiano Müller. Ah! Gibt's doch nicht! Ja! Oh no! Zweimal so ein Ding kassiert vom Flonko. Was war das jetzt hier gerade? Ich mach jetzt einfach den Dybala und dann könnt ihr nichts mehr sagen. Okay, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Gehen wir ab zum Schuss. Ja! 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 Das war Maschallah wie Dybala! Ja! 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 Chima! Schwaaa! Man, ich bin jetzt dran! Ich versuche jetzt auch so ein Tor wie Dybala! Mach den jetzt in den Winkel ja! Guck ja! Oh! た sagt gar keinen Fußball spielen! Komm jetzt stimmt alle mal für den Hazel, der hat jetzt schon ein paar Schüsse gut gemacht. Unlucky, da ist draußen irgendeiner der macht Augustinsson, Hashtag Humbleh, Hashtag Pferdebauch geht auch. Der braut jetzt einen Löwenschuss raus. Okay, okay, die Bralla, die Bralla, Maschalla war der gut. Ich dachte schon, ich hab viel zu wenig Kraft, aber hab mich einfach geschossen. Einfach so wie beim Golf, einfach, ach. Oh man, du tust mir richtig leid, Alter. Jetzt kommen wir zum zweiten Tor, Freunde und das wird definitiv nochmal eine Herausforderung. Natürlich nicht für Bralla, der haut alles rein. Oh, oh, oh. Ballkopf von Mandzukic, glaube ich. Oh, oh, oh. Volley ins Recht und Dreck. Ihr habt es wieder gespielt gesehen. Wir schießen natürlich mit rechts, wir haben keinen linken Fuß, Alter. Der existiert einfach nicht. Boah, geil. Der erste Schuss, der zweite Durchgang, der wird jetzt nochmal lit. Man nennt mich auch Holzi Dibala, deswegen Lego. Ah, Freunde, er ist schon ziemlich schwer, muss man sagen. Ich zeig mal, wie das geht, Freunde. China-Torwart ist da. Jetzt zeig ich den kleinen Pikus mal, wie ein Tor geht hier. Ungeschnitten, ungeschnitten. Nur eine Ansage. Zeig mal, Jungs. Oh, ja, zeig mal. Zeig mal, oh, zeig mal, zeig mal. Bye, have a great time. Oh, ja. Alle warten drauf. Jetzt. Zack. Ja. Zeig doch mal, jetzt. Zeig doch mal, jetzt. Jetzt zeig doch mal. Und nochmal. Ja. Oh, schön, das Ding. Wann zeigt das denn jetzt? Oh mein Gott. Wow. 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 Verbess, Leute. Hast du loko dran, ja? Ich dachte, ich wäre dran. Besser als der Bra. Hi. Wow. Wow. Ja. Ich glaube, das ist ein riesiges Angaben, Alter. Ich mach jetzt rein. Oh, okay, okay. Entschuldigung. Bro. Was kannst du eigentlich? Ja. Oh. Der Bra hat mir gezeigt, wie das geht, ja? Und jetzt mach ich den rein. Zeig doch mal, ja. Zeig doch mal. Ja. Ja. Heute gibt's auf den Rücken, Freunde. Heute gibt's das Teil hier auf den Rücken, wer drüber schießt, aber das Holz hier hat jetzt noch eine Ansage zu verkündigen. Hallo, das ist Juli. Zopf, Digga. Aufkommen. Ah. Du bist schon mal zweimal im Leben. Freunde, ich war... Früher war ich Baseballspieler. Ja, brav die Beine auch schon. Bro, du weißt, bei dir ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass du auch drüber schießt. Du kannst nicht vorbei. Einknochen ist auf jeden Fall kaputt gegangen, Freunde. Du darfst erstmal einen Like da raus. Halt sie. Mann. Kann nicht sein. Mann. Es wäre nicht ganz die Richtung gewesen, aber es wäre ein schönes Tor gewesen. Darf einfach mal für mich voten hier für die Baller, Alter. Doch, Freunde. Seite mit dir, jetzt kommt der echte. Oh! 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 Ja! Das war's, Digga. Wenn ihr jetzt nicht für mich abstimmt. Hashtag Spidey, Freunde. So, jetzt kommt der ultimative Bras-Schuss. Oh! 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 Ah! Oh! 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 Das war der original Dybala, ne? Let's out, Dybala Gang! Bei deinen Schüssen guck ich nie so zu, aber... Ja, weil du ja auch in deinem Loch bist, ja? Genau, genau. Ich war gerade hier drin. Viel zu viel Sonne gerade für dich, ja? Viel zu viel Sonne, aber gut. Das Tor war echt ein Mashallah, Freunde. Der Maulwurf. Ich war gar nicht, ich bin nicht mehr der Maulwurf. Ich bin jetzt Donatello von Teenage Mutant Ninja Turtles. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Oh, ich kann's nicht so gut mit dem Stab, aber, Freunde, ich mach jetzt das Tor. Komm, ich hab dir Vorlage jetzt mit Stoff. Und it feels right. Waaaah! Der erste Baller mit Stock, Freunde. Dafür erstmal... Leutern! Lass auf Dybala Gang. Dybala. Einmal und dann die Wiederbahn. Dybala. 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 Ich bin der Unbesiegbare. Ich bin Michelangelo, Alter, mit Nunchucks, Digga. Ich zeig dir, wie geht. Ich mach jetzt einfach ein Tor, Freunde, und dann könnt ihr nur Hashtags bei die schreiben. Ja, okay. Oh, der war, der war, der war. Der war safe, der war. Ich glaub auch, der war. Junge, der war safe, Alter, der war. Ich glaub, der war dahinten. Mhm, der war. Warte, das geht gerade in Köln. Der war drin. Der war, ist tot. Was ist los? Ich jetzt verkacke dann ein bisschen, als ihr... Ich will auch, dass er aus der Fuß hinterher ist. Direkt die Ausreden hier schon parat, ja. Komm, Bra Holgersson! Überstausch! Wuuu! 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 Kamil! Wuuu! 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 Nur weil ich hier auf Fuß getreten bin. Hast du meine Kraft bekommen, ne? Also, wenn er nicht für mich wartet, dann ist er auch nicht weiter. Dann seid ihr wahrscheinlich normal im Kopf. Wuuu! 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 Und dann wollte Humlei uns nochmal zeigen, wie man es wirklich macht. Oder auch nicht. Wuuu! 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 Ja! Wuuu! So, Freunde, wie gesagt, ihr könnt jetzt entscheiden, wer ist der echte? Team-Soller! Hashtags sind eingeblendet, Freunde, wisst ihr bescheid, einfach auch mal Hashtag rein. Schreibt in die Kommentare auch noch zusätzlich, welche Tore wir als nächstes darstellen sollen. Lass ein Like da, kostenlos Abo, locker gläuten lassen, Freunde, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Schlammler! Ah, 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 ah! Stirb, Alty! Oh, hab ich. Lande! Nicht! Okay. Nice! Wow! Thank you for joining us. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020